Wie sollten wir damit umgehen, wenn wir mitten in einem Verhandlungsgespräch Angst haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll? Herzlich willkommen, mein Name ist Fort Forgane, ich bin als Verhandlungsberater tätig. Heute mit dem Thema Umgang mit der Angst mitten in einem Verhandlungsgespräch. Was ist zu tun, wenn wir mitten im Eifer des Gefechtes Angst haben und damit einfach blockiert sind? Nicht wissen, wie es weitergeht. Im Alltag sagen wir, habe keine Angst, aber sowas gibt es nicht. Da ist die Sprache irreführend. Wenn Sie Angst haben, ist sie schon mal da. Und Sie kriegen sie nicht weg, indem Sie sagen, ich habe keine Angst oder habe keine Angst. Also die Frage ist, wie gehen wir mit der Angst um, obwohl sie schon da ist? Die Kraft, wogegen Sie kämpfen, wird immer stärker. So sind die Regeln des Lebens. Das heißt, wenn Sie Angst haben, ist es okay. Wenn Sie anfangen, dagegen zu kämpfen, dann wird sie entweder diffus oder es gelingt Ihnen sogar, diese Kraft zu verdrängen. Aber deswegen geht sie nicht weg. Wenn Sie diffus da ist oder wenn Sie verdrängt ist, kann diese Kraft Sie viel gravierender beeinflussen, als wenn Sie sie wahrnehmen. Denn wenn Sie in dem Moment emotional gedanklich stehen bleiben und sagen, ich habe Angst. Und möglicherweise können Sie sogar die Angst benennen. Sagen, ich habe Angst davor oder davor. Bei Ihrem inneren Dialog natürlich nicht offen kommuniziert. Dann ist diese Kraft erst einmal isoliert. Sie können sie betrachten und jetzt können Sie abwägen. Hat diese Angst berechtigte Anteile? Gibt es Aspekte, die ich nicht berücksichtigt habe, die ich durch Verhandlungsmaßnahmen adressieren muss? Oder ist diese Angst komplett unberechtigt? Erst dann, wenn wir die Angst sehen, wenn wir die Angst ins Auge blicken, können wir diese Abwägungen vollführen. Das heißt, Mut ist vor allem die Fähigkeit, den eigenen Ängsten ins Auge zu blicken. Und derart müssen wir in solchen Momenten vorgehen. Gelingt mir das, ist die Angst im Raum, aber in einer gewissen Art isoliert. Ich kann sie betrachten und ich kann die Vorteile, Nachteile, die positiven und negativen Anteile in ihr erst dann wahrnehmen. Manchmal sitzen wir in Verhandlungsgesprächen mit anderen Personen. Da haben wir die Möglichkeit, uns auch zurückzuziehen. Sollten sie alleine im Raum sitzen, dann können durchaus Sekunden reichen, um solche Abwägungen zu vollführen. Sollte das nicht der Fall sein, wenn sie mehr Zeit brauchen, dann machen sie eine Pause. Sie sollten hierzu Vorwände parat haben, warum sie eine Pause einführen wollen. Sie kommunizieren das, machen eine Pause, ziehen sich zurück. Und dann können sie in diesen Prozess gänzlich reingehen, wie bereits erläutert. Das heißt, einmal zusammengefasst. Wenn sie mitten in einem Verhandlungsgespräch Angst haben, ist es okay. Punkt 1. Haben sie nicht den Anspruch, angstfrei reinzugehen. Haben sie nicht den Anspruch, völlig angstfrei durch diesen Prozess zu gehen. Denn das ist zum Scheitern verurteilt. Und dieser Anspruch, dieser Ansatz, macht sie noch nervöser. Punkt 2. Sollte die Angst plötzlich da sein, dann brauchen sie in dem Moment Mut. Das heißt, sie müssen entscheiden, der Angst ins Auge zu blicken. Nehmen sie sie wahr. Versuchen sie sie nicht wegzuschieben, wegzuradieren, wegzulöschen. Die Angst ist da. Nehmen sie sie wahr. Punkt 3. Indem sie die Angst wahrnehmen, können sie schauen, ob es berechtigte oder unberechtigte Aspekte darin gibt. Und Punkt 4. Sollte dieser Prozess mehr als Sekunden dauern, sollten keine weiteren Personen im Verhandlungsraum sein, sodass sie sich zurückziehen können, dann führen sie eine Pause ein. Dazu haben sie vorher bereits vorbereitete Vorwände, die sollten sie parat haben, warum sie eine Pause einführen wollen. Sie ziehen sich zurück, gehen durch diesen Prozess, schauen, dass sie nochmals ein inneres Gleichgewicht erreichen und kommen zurück an den Verhandlungstisch. Diese Aspekte, die erläutert worden sind, gelten zwar für Verhandlungen, aber nicht nur. Denn die Angst ist hier etwas, das uns lebenlang begleitet. In unserem Alltag, bei der Arbeit, ob privat oder geschäftlich, sie ist da. Das heißt, sie können durchaus diese Methoden auch für andere Momente in ihrem Leben verwenden, um zu schauen, welche Ängste existieren in mir und wie gehe ich damit um. Und der Knackpunkt ist, wie bereits gesagt, unsere Sprache ist irritierend. Zu sagen, habe keine Angst oder ich habe keine Angst, sorgt nicht dafür, dass die Angst weggeht, sondern sie wird stärker, weil wir dann gegen die Angst kämpfen. Und in dem Moment, wo wir die Angst aufnehmen, wildhaft gesagt umarmen und dann verstehen, dann können wir die Energie, die darin steckt, verwenden und für uns nutzen. Ob beim Verhandeln oder bei anderen Aktivitäten, die sie in ihrem Alltag durchführen. Ich hoffe, das Video ist für Sie hilfreich, um eine weitere Facette des Verhandelns und darüber hinaus besser umsetzen zu können. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte abonnieren, kommentieren, liken. Und ansonsten sehen wir uns wieder hier auf meinem Kanal. Bis demnächst.